Ich habe mich wirklich schwor, die bricht nicht so ein. Habe ich den Lärm nur schon einmal gewidmet? Es regelt eine alte Geschichte. Mein Freund arbeitet in einer Taverne an der unsteten Küste. Dort können wir für eine Weile unterkommen und unsere nächsten Schritte planen. Das war's für heute. Ich weiß jetzt wieder, woher ich den Namen Isabella...